Für die Zuschauer, unser Berliner des Tages heute, Herbert Feuerstein. Schönen guten Abend. Hallo hier. Sie sind kein Berliner, aber trotzdem unser Berliner des Tages. Stört Sie die Konstellation? Nein, überhaupt nicht. Ich finde das irgendwie ganz toll. Das wertet mich auf und bringt mich in die Nachbarschaft von Kohl und Politikern. Das ist auch kein Berliner. Nicht, dass Sie jetzt das ineinander bringen. Nein, nein, aber die müssen ja Berliner werden. Die müssen Berliner. Und ich darf Berliner des Tages sein und finde das irgendwie besser als Wiener der Woche oder Frankfurt in den Jahres. Oder Wiener Bostchen. Nein, gut. Sie sind bekannt in den Zuschauern als, sage ich mal, Mitarbeiter bei Schmidternander, haben aber vorher schon viele Sachen gemacht, waren in New York. Journalist haben Matt hier rausgebracht. Trauen Sie den Zeiten nach? Nein, ich meine, natürlich traue ich jederzeit nach, in der Harald Schmidt noch nicht mein Leben ruiniert hat. Und die Mäts waren natürlich sehr schön. Da konnte ich alleine machen und treiben, was ich wollte. Ist nicht mehr so. Nein, Schmidternander macht sehr viel Spaß. Wir haben ja gerade Pause. Das macht am meisten Spaß, oder? Das macht gar keinen Spaß, weil am Montag geht es ja weiter mit einer Psst-Staffel, mit einer neuen. Und da sehe ich ja die alle wieder. Und da ist ja ein verstärkter Terror, denn da ist ja nicht nur der Schmidt, der mich quält, sondern auch die Geheimreich. Die nächste Frage ist ein bisschen schwieriger zu stellen. Versuchen Sie es trotzdem. Ich wollte Sie fragen, ob Sie mal so christisch veranlagt sind. Also ich habe nicht, dass Sie jetzt sagen, ja, und ich soll Sie schlagen. Also ich schlage Sie nicht, auch wenn Sie es wollen. Aber sind Sie mal so christisch veranlagt? Ich würde Sie gerne schlagen, aber das können wir vielleicht nachher ein bisschen machen. Ich weiß es nicht. Also es gibt da Vermutungen, die hin und wieder von Ehenfrauen, die jetzt nicht mehr sind, gestellt wurden. Ich glaube nicht. Also ich glaube, das ist ein bisschen ein Rollenverhalten. Und es ist ja auch nicht so sadomasochistisch, was da abläuft. Ich meine, Schmidt ist einfach angeblich größer. Ich weiß es nicht. Ich schaue die Sendung ja nicht so an. Kommt auf die Kameraeinstellung an. Ich bin einfach der Sympathischere und auch, ich glaube, der mit der größeren erotischen Ausstrahlung. Und wenn dann Leute irgendwelche Schlüsse ziehen, gut, das ist deren Sache. Haben Sie Schwierigkeiten bei Interviews mit Leuten, die sympathischer sind als Sie? Nein, ne? Ich habe bis jetzt noch keine getroffen, die mit mir gesprochen hätten, die sympathischer wären als ich. Wieso? Haben wir eine Aufzeichnung für ihn nachher nach der Sendung? Gut. Gut. Glauben Sie an ein Leben nach Schmidt? Ich glaube an kein Leben mit Schmidt. Das ist schon mal die erste große Schwierigkeit. Und wie es dann weitergeht, wird sich herausstellen. Ich habe hier mal zehn Begriffe aufgeschrieben. Oh Gott, jetzt geht es gut. Ja, ja. Was muss ich da machen? Nicht warten. Sie müssen zu jedem Begriff was sagen, was Ihnen einfällt. Ja. Ist witzig, oder? Nein. Doch. Na gut, fangen wir mal an. Ja. Ja? Ausschaustudentin. Ausschaustudentinnen sind mir lieber. Mhm. Zwergbrillenratte. Einer meiner biografischen Meisterleistungen. Priester? Hätte ich gerne werden wollen. Bin es auch irgendwie. Klobürste? Hatte ich mal benutzt als Ersatz für Weihwasserspender. Berti Fuchs? Ist jemand, der größenmäßig einigermaßen auch mir sympathisch ist. Mozart? Ist leider vor mir gestorben, hat sehr viel Ähnlichkeit, hatte aber nicht diese Einschaltquoten, die wir haben. Tabus? Kenne ich keinen. Schmidt? Wer war das? Zuschauer? Ja, das sind ganz tolle, nette Leute und ich hoffe immer wieder, dass es solche gibt und schönen Dank, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Kartoffelpuffer? Ich dachte, das war schon zehn jetzt. Nee, das waren neun. Ach so, jetzt kommen die ganz gescheiten. Ja, Kartoffelpuffer. Kartoffelpuffer ist nicht meine Spezialität. Da habe ich mich vorüberlegt, ob ich lieber Eierkuchen sage. Wäre Ihnen das lieber gewesen? Eigentlich auch nicht, das hasse ich noch mehr. Kartoffelpuffer? Ja, das sind die in der Pfanne so, ne? Ja. Nee? Nee, ich versuche nur nachzudenken, warum Sie auf Kartoffelpuffer kommen. Ja, ich auch. Das wollte ich heute den ganzen Abend trainieren. Ich wollte heute die ganze Nacht im Bett sitzen und sagen, wieso sagt der Mann Kartoffelpuffer? Und nicht Eierkuchen. Falls Sie eine Lösung haben, rufen Sie mich an. Gerne, jederzeit. Weil ich mache das auch nicht. Nummer zehn? Nummer zehn war Kartoffelpuffer. Ach so. Hatten wir schon. Nochmal? Nee. Nein, um Gottes Willen. Nein, um Gottes Willen. Sie haben mir vorhin gesagt, dass Sie auch lange schweigen können. Da ist was dran. Ja, also gut, gut. Jetzt bin ich ein bisschen, ne? Ja. Wir könnten noch schweigen. Ja, wir können jetzt noch ein bisschen schweigen und das wäre auch sehr ganz nett. Und wir den Leuten auch viel Spaß machen. Sie haben vorhin etwas, was Sie angerufen haben. Ja. Oder die Kollegin von mir, Sie angerufen haben, da haben Sie gerade geschlafen, ne? Ja, ich bin also ein absolut fanatischer Mittagsschläfchen-Mensch. Ich glaube, ich brauche das irgendwie, ne? Weil in meinem Alter kriegt man ja auch morgens so diese, nennt man präsenile Nestflucht, wo man dann irgendwie schon um sechs Uhr aufsteht. Klingt irgendwie sehr gut. Und ich stehe also früh auf und mache dann nachmittags mein festes Schlafchen, Schläfchen, wo ich dem Körper sage, Feuerstein, so nenne ich meinen Körper, du kannst dich jetzt ausruhen. Und dann ist der Tag wirklich in zwei Teile geteilt. Und ich kann auch abends, nachts, so eine ganze Nacht arbeiten. Doch. Ja. Haben Sie deswegen so leichtfertig zugesagt, weil Sie noch im Halbschlaf waren? Das war eigentlich so eine Art, wenn ich mir das hätte träumen lassen, was auf mich zukommt. Nein, ich finde das toll. Also ich finde das toll. Und ich bin auch, ich mag Berlin wahnsinnig gerne. Also es ist eigentlich, früher war Hamburg meine liebliche Stadt. Und ich muss sagen, so in den letzten Jahren ist es Berlin geworden. Und bei jeder Gelegenheit, die ich irgendwo habe, komme ich her. Weil Kohl herkommt? Hat mit Kohl gar nichts zu tun. Nee, im Augenblick mache ich da irgendwie so für einen Privatsender tinglich ein bisschen. Muss man ja nicht nennen. Machen wir nach der Sendung. Ja, jeder, ne? Ja, die zwei private. Gute Sendung. Peter Paniker ist die Rolle, ne? Na klar. Herbert Feuerstein ist ein guter, abgefahrener Künstlername. Wie heißen Sie richtig? Eigentlich heiße ich Schmidt, aber das war jetzt banal gewesen. Da hatte ich meinen Vater, der hieß zufällig auch Feuerstein, die Mutter auch. Und da habe ich gedacht, warum heiße ich nicht auch so wie ihr? Ist gut, ne? Ehrlich. Haben Sie damals gleich ihr Veto eingelegt. So ist es. Erfolgreich. Und trotz Hebammen-Protest, ne? Sie haben mal gesagt, Hebammen, haben Sie auch gemacht? Ja, habe ich vorher mitgegeben, war gut. Hat bei Ihnen die Hebammen auch protestiert. Hat auch protestiert, hat nichts genutzt, sie wurde trotzdem geboren. Aber ist gut, ne? Ja, doch. Also jetzt freut sich die Halbe, ne? So sieht das auch. Ja? Sie haben ja gesagt, sie sind wie eine Zwiebel. Man kann eine Haut nach der anderen abziehen und dann bleibt nichts mehr. Da müssten die Leute auch weinen, wenn sie sie sehen. Hey, Sie lesen den Spiegel. Finde ich toll, ne? Ja, habe ich irgendwie gesagt, aus Verlegenheit, weil mir an der Stelle nichts einfiel. Kann ich es auch gerne wiederholen. Ich bin wie eine Zwiebel, die, wenn man eine Haut nach der anderen abzieht, plötzlich nichts mehr übrig lässt. Moment, die Frage müsste dann anders. Herr Feuerstein, mit welchem Gemüse könnten Sie sich denn identifizieren? Naja, also eigentlich so mehr mit einer Möhre, ne? Auch vielleicht Petersäle und Stangelspargel, aber am wenigsten eigentlich mit einer Zwiebel. Am wenigsten, weil die zieht man nacheinander ab. Und dann ist nichts mehr übrig und das wäre irgendwie blöd. So ist es. Schön, dass heute noch übrig geblieben ist, dass Sie heute hier waren. Ja, schönen Tag gewesen zu sein. Ja, ehrlich? Vielleicht mal wieder? Gerne wieder. Gut, schönen Dank erstmal. Wir haben an der Stelle Ticket-Tipps. Wunderbar.